Kamera rollt. Und Eins Zwei Drei 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 Und fünf Okay, und andere Seite Drei Eins Zwei Drei Drei. Vier. Komm mal nicht daran. Fünf. Okay. Hallo, Freunde von der Longsauce. Heute schauen wir uns an Spiel Nummer 48. Was Susanne und Simon haben euch gezeigt in unserer kleinen Sama hier. Und wir gehen durch das, wie immer, step-by-step. Wir beginnen. Susanne beginnt sehr tief. Mit der Platte mit der Platte mit der Platte. Und Simon ist die Möglichkeit zu gehen. Und das ist der erste Schritt. Und als du das benutzt, sie windet mit der Platte mit der Platte und direkt in die Füße. Und steckt nach vorne. So, sie würde mit ihren Füßen stehen, wie hier. Aber dann würde sie mit der Platte mit der Platte gehen. Und dann kann sie nicht nach vorne gehen. Und die Reife, würde man sagen. So, um, you can, um, ja, you can see what we mean. Um, now comes something, which Paul Sittermeier very describes, um, the, uh, retrieve. So, um, Simon, Simon is going, uh, going backwards now. To avoid being stabbed into the face. And in the meantime, also goes up to, um, to bring the, uh, blade in different, uh, uh, out of his, uh, body. So. So, he retreats, brings the blade up, and now we have an opening here on his right side. And this is where Susanne is going with Kreuzhaut. So, she first feints, feints here, so it can be a feint, should be a feint. And this opens up the left side, and so she's going for, uh, for the left side. Okay, this is step, uh, number three. So, now comes, uh, now comes Simon's part. When she does this to him, um, what happens then? So, he's eager to carry both, uh, both hits from the Kreuzhaut. And, uh, from here he goes with his short edge, um, for the head on the one side, and with a long edge on the other side. And, uh, here you see, um, Susanne is parrying with her long and her short edge. And that's already step three, um, uh, step four. And, um, um, this is why we interpreted this as, um, as two, um, uh, as two actions. So, she's parrying with short and parrying with long. And then she has a winding action in the end. Begin of my arm if I do it. And then she has a winding action in the end, and again, her point is in this face. So, like we begin, we end, and, uh, this is it for today. So, thank you Simon, uh, thank you Susanne. Thanks to Simon. And, um, thank you for watching. Simon, that's what you can't tell. Simon. Yeah. Thanks. Vielen Dank.